Hallo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu Battlefield 1 bzw. zu einem neuen Video. Wir starten in eine bereits angefangene Runde rein. Das macht aber nichts. Die Action glaube ich wird trotzdem da sein, so wie das gerade ausschaut. Auf jeden Fall. Ein bisschen lang gehittert, jetzt ein bisschen Muni für dich. Lebst du noch? Du gehst ja zu mir gell, ja du gehst zu mir. Leute wir sollten mal den nehmen gell. Hallo. Ja das sind zu viele. Das sind eindeutig zu viele. Wir haben nur E ja gar nicht. Ich versuche jetzt einmal außen. Kann ich da durchjumpen? Ich versuche jetzt einmal außen. Auf C oder B zu laufen. Weil die halten uns alle bei E auf eigentlich. Schauen wir mal ob das funktioniert. Ich versuche jetzt mal auf den Weg. Ich versuche jetzt mal auf den Weg. So, ich habe jetzt absichtlich eigentlich nur auf den einen geschossen der mich gesehen hat. Sehr gut, mein ganzes Squat ist da. Irgendwo ist da aber einer. Zwei. Drei. Warum schießt du ihn an, Alter? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das macht nichts, wir haben es einmal. Rennen wir bitte nicht da rein. Bitte, mach mit ihm gefallen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, das ist das Problem. Zu viele. Zu viele. Keine Chance. Kann ich da einsteigen? Kann ich mit dir einsteigen? Ich gehe jetzt einfach mal zu A und schaue, dass ich A einnehmen kann. Sehr gut, da kommt noch einer mit von meinem Squat. Pferd, super. Easy peasy. Ja, der könnte mich hauen, ich habe zu wenig Leben. Nein. Da ist einer. Irgendeiner ist da. Da ist noch einer. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Warum habe ich den nicht getroffen? Aber wir haben A eingenommen. Ja, steigen wir bei D an. Boah. Fünf Leben. Hui. Boah. Was war denn das jetzt? Gitar ein. Das war. Vergnügen wir. D. Auf, ein. Auf. Auf. Das war. Das war's zu. Haben wir jetzt die? Ja, die haben wir jetzt. Jawohl, ich muss da runter. Ah, das war's. Das war's leider, das war's. Okay, das war ein schneller Tod. Das war's. Ähm, ja bitte. Das war's. Was ist das zu tun? Das war, das war, also der erste Schuss war fix ein Sniper Schuss. Hundertprozentig. Der zweite halt nicht, aber der erste Schuss war ein Sniper. So, ich denke, dass wir das verlieren werden. Komm, lad nach, lad nach. Ui. Warum sind denn da alle auf einem Haufen eigentlich? Warum ist das so? Schaut sie mit den Punkten aus. Ach, ach, der ist... Kann man so nicht stehen lassen eigentlich. Geht eigentlich fast gar nicht. Das war's. Was ist das? Na endlich! Jawohl ihr seid jetzt da vorne irgendwo. Bist du auch unter Beschuss? Komm einsteigen. Das gibt's gar nichts. Da kriegst du auf jeden Fall ein fettes Dankeschön. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Boah! Boah! Das ist ein Panzer gewesen. Das habe ich gar nicht gesehen. Sehr ungut. Sehr ungut. Aber die Action ist auf jeden Fall am Start. Boah! Von Trümmern anschlagen. Krass. Gut, das mit dem Sunny hat sich auch gerade erledigt. Erledigt? Ja, wie ich gesagt habe. Wir werden das verlieren. Ja, ist nicht die beste Runde. Macht auf jeden Fall Spaß. Leute, ich sage es jetzt schon. Wenn euch das Video gefällt. Ihr wisst es. Bitte Daumen nach oben lassen. Nach oben lassen. Krass. Und abonnieren. Die Glocke könnt ihr bitte auch aktivieren. Sollte jetzt wieder besser funktionieren. Sagt YouTube. Weiß man nicht. Aber dann verpasst ihr. Oder beziehungsweise sollte ihr kein Video mehr verpassen. Ja, eine Niederlage. Leider, 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 leider. Macht aber gar nichts. Dann schauen wir uns noch die Punkte an. Und dann war es das für das heutige Video. Sagen wir mal nur 15, 12 Uhr. Vierter noch bei uns. Okay. Ist in Ordnung. Okay. Leute. Dann bedanke ich mich mal fürs Einschalten. Und sagt Tschüss. Bis dann.